Hallo ihr Lieben, ich bin Chris, Mama von einem vierjährigen Sohn, momentan auch wieder schwanger am achten Monat und möchte euch heute gerne die Internetseite Schwanger in meiner Stadt vorstellen. Es ist eine tolle Seite für alle Schwangere und Eltern von Kleinkindern. Es ist ein regionales Portal, was man in 16 deutschen Städten besuchen kann. Man bekommt aktuelle Informationen und Tipps bezüglich der Schwangerschaft, bezüglich der Geburt, nach der Geburt. Man kann sich Schwangerschaftskurse suchen, Hebammen in der Nähe, die zu finden sind, aktuelle Gutscheinen oder Rabattaktionen, die neuesten Gewinnspiele sind dort oder einfach wirklich Tipps für vor und nach der Geburt, wenn das Kleinkind jetzt da ist oder das Baby da ist, welche Untersuchungen anstehen und so weiter. Ich selbst habe auch gerade einen Geburtsvorbereitungskurs gesucht, was wirklich einfach über das ganze Portal dort zu finden war. Man kann sich auch ganz toll die ganzen einzelnen Schwangerschaftswochen dort erklären lassen, was ich momentan immer persönlich tue, weil man halt wirklich sich auch zeigen lassen kann, was gerade wie wächst, wie weit das Baby ist, welche Untersuchungen gerade anstehen. Ich finde es super informativ. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen kleinen Einblick in die Seite geben. Für mich persönlich ist das Design super ansprechend. Das ist alles einfach zu finden. Die Handhabung ist super leicht. Ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020